Die ADAC Formel 4 hat ihr Premierenjahr erfolgreich beendet. Der Champion Marvin Dienst wagt den Sprung ins GT Masters. 2016 und die Frage, wer wird sein Nachfolger? Das Fahrerfeld in diesem Jahr noch größer. Ganze 46 Fahrer haben sich eingeschrieben. Der Abschlusstest in Oschersleben avanciert zum ersten Gradmesser. Er wird als Top-Favorit gehandelt. Joey Mawson, Gesamtdritter 2015, in Diensten des holländischen Rennstalls van Amersfoort Racing. Der Australier weiß, worauf es ankommt, in einem so großen Pool an Talenten. Ich kann aus meinen Fehlern lernen, die ich im Vorjahr gemacht habe. Das ist ein großer Vorteil für mich. Ich hoffe, dass mir möglichst wenige passieren und ich dieses Jahr mein Ziel erreiche. Und Meister werde. Die Frage nach der Konkurrenz kann Mawson klar beantworten. Ich denke, dass mein ehemaliger Teampartner Mick Schumacher mein größter Rivale sein wird. Mick Schumacher, Sohn von Formel 1-Rekordweltmeister Michael, tritt auch 2016 in der ADAC Formel 4 an. Sein neuer Rennstall, das Prema Power Team, soll ihm einen weiteren Karriereschub ermöglichen. US Racing startet ebenfalls mit Titelambitionen. Im Vorjahr stellte das Team unter dem Namen HTP Junior Team Ungar den Meister. Nun soll eine Kooperation mit Micks Onkel Ralf Schumacher weitere Impulse schaffen. Klar möchte man alle vorne sehen am liebsten, weil man weiß natürlich selber aus eigener Erfahrung, dass es nicht gehen wird. Ich glaube, dass die Jungs und Mädels hier im Team natürlich sehr, oder dass Mädels sehr nervös sind. Immer, ist ganz klar, weil man eine Standardbestimmung hat, nach dem Winter endlich wissen will, wo steht man. Mit Carrie Schreiner fährt eine von vier weiblichen Starterinnen im ADAC Formel 4-Feld für US Racing. Michelle Halder, Marilyn Niederhauser und auch Sophia Flör stellen sich der Herausforderung, für die der Test in Oschersleben eine besondere Bedeutung hat. Wichtig ist, dass man das meiste aus dem Auto rausholt, dass man guckt, wie das Auto eingestellt ist, was am besten ist für mich, also für den Fahrer. Und dass wir das auch dann dementsprechend in zwei Wochen dann umsetzen können fürs Rennen. Wer triumphiert 2016? Das erste Rennwochenende vom 15. bis 17. April an gleicher Stelle wird erste Hinweise darauf geben, welche Fahrerteamkombination um den Titel kämpft.